Ja, keine Blumen, keine Blüte, aber die sind Orchideen. Orchideen sind Parasiten, die wachsen an dem Baum. Ja, das ist Panturan, heißt es. Die Zahl 5, glaube ich, haben auch schon die gleiche Bedeutung. Da gibt es auf der anderen Seite auch solche, wie sagt man, wie heißt das, Quella, sowas, hier 5, auf der anderen Seite 4, die symbolisieren eigentlich die 5 Gelehrten bei uns, die damals die Religion verbreitet haben, also die Muslimen. Ja, das ist auch schon das Unabhängigkeitsjahr Indonesiens, 1945. Waren die Englanden noch die letzte oder die... Die Japaner waren die letzten. Die Japaner waren kapituliert, ja? Nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki und waren die Japaner überhaupt nicht mehr in die Lage, um zu kämpfen, ja? Ja, wo waren die überall? Überall, ja. Überall, Indonesien, ja? Die waren ja nur drei Jahre bei uns, die Japaner, ja. Ja, ja, ja. Ja, von 1941 bis 1944. Ja, genau. Ja, genau. Davor waren die Holländer. Aber die Holländer kamen nochmal bei uns in 1968, ja? 1969, ja? Wurden aber dann wegvertrieben, also von dem Militär. Und, ja... Ja, also die wollen lieber wieder hier bleiben, weil wir dann so viele Gewürze haben, ja? Ja, die wollen halt Gewürze von uns. Und Gewürze? Genau. Deswegen heißt es dann... Ja, ja. Gewürzeinsel, ja? Ja, ja. Gewürzeinsel, ja? Ja, ja. Ja, ja. Hast du die ganze Zeit an? Ja. So, es ist dann 17, 19 Minuten jetzt, ja? Und, da schaust du dann deinem Handy an, oder? Ja, Handy, oder... Ja. Willst du die haben auch? Da kannst du dann auch runterladen. Also, ich war jetzt später, wenn du zu Hause bist, dann kannst du runterladen, ja? Ich gebe dir so einen Link, ja? Ja, ja. Kannst du verlinkt das runterladen? Ja, ja. Ah, ja. Frantifani. 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 So. Genau. Ja. Ja, ja. Frantifani. Lain, anu, bentuk... Anunya daunnya, ya. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So, wir gehen weiter. Es war kein Spaß. Aber die hat nicht nachgegeben. Das Mädchen will, will sie was verkaufen? Öl, zum Einreiben, ja? Ja, aber die ist mehr neugierig. Hab ich so's Gefühl. Ja, auch. Auch, ja. Weißt du, die Touristen sind schon Attraktionen für uns, die Einheimischen. Wenn zu viele kommen, dann ziehen die Leute auf. Die wollen anfühlen, ja? Und hören nicht mehr auf. Verwürdig aufschritten. Mr. 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 Ja. Ja. Ja, das ist ja auch wieder der andere Teich, ja? Es wird ja zum ersten Mal, diese Teich haben alle Anfang von den ersten Hindus gefahren. Ja. 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 Ja.